Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Aus Gewohnheit will ich immer irgendwie Maus und BASD drücken. Ich weiß nicht warum. So, aber wir wollen das hier jetzt mal versuchen. Ich weiß jetzt nicht, was es mir bringt, dort hinten zu sein. So, aber ich will es mal riskieren. So, und... Okay, das war ein bisschen tricky. Ich hatte jetzt ein bisschen Panik gehabt. Aber wir kommen hier ran. Und wo muss ich hin? Ah, wir können so uns drehen. Okay, wir müssen schon ein Schiff gegrückt halten. Äh, hier gibt es nichts, oder? Okay, dann muss ich hier wingen, wieder zurück. Ich glaube, hier bringt es mir gar nichts, hier zu sein. So, und wieder zurück. Okay, das haben wir geschafft. Also ich gehe mal davon aus, wir müssen den anderen Weg da nehmen. So, nein. Weg, das gewährt ja ein, Cyrus. Du musst das Ding hier. Genau. So, und schnell! Ich glaube, wir müssen doch den da nehmen. Irgendwie. Ich habe irgendwie aber die Befürchtung, wir werden davon irgendwann esklamen. Äh, so. Und jetzt? Muss ich da rüber springen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und los. Okay. Das haben wir überstanden. Das haben wir überlebt. Ähm. Das müssen wir auch noch starten. Cyrus, nur ein bisschen. Äh, ich mache hier auch nochmal ein Safe-Gain. Nur, um sicher zu gehen. Okay. Wir werden da gleich runterfallen. Da bin ich mir sicher. Okay. Das haben wir geschafft. Und jetzt ist die Frage... Da ist ein Hebel. Ah, okay. Zu dem Hebel müssen wir. Boah. 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 Und jetzt? Ich hoffe, es bleibt. Ah, okay. Jetzt ist die Tür offen. Ich hoffe, es hat kein Zeitlimit. Äh, so. Ein kleines bisschen. Okay. Das haben wir überstanden. Und... ...wieder zurückschwingen. So. Noch ein bisschen. Ja, da schwingt ich mal nicht so. Ich glaube, wir reiten wenigstens unser Seil. Ja, okay. Das haben wir erreicht. So. Okay, gut. Dann können wir... ...hier... ...wieder da rüberspringen. So. Ja, geil. Das haben wir geschafft. Und... ...so. Boah. Überstanden. Renn, Cyrus. Renn. Okay. Hier nochmal das gleiche. Das heißt, jetzt gleich müssen wir wieder... ...auf die Dinger drüber springen. Wir haben das nur in der falschen Reihenfolge gemacht. ...beziehungsweise eigentlich die richtige Reihenfolge... ...nur nicht gewusst, was wir machen mussten. So. Und bevor wir das wieder daneben machen... ...machen wir wieder ein Save-Game. Und hoffen wir mal, dass das Spiel uns nicht gleich wieder abschmiert. Und sonst würden wir gleich alles wieder nochmal machen. So. Ja, geil. Cyrus. Bester Mann. Sieht aber so aus, als würde es offen bleiben. So. Cyrus noch ein bisschen höher. Okay. Hat gepasst. Und hier haben wir noch ein Health Potion. Nice. Und Gold. Was hat es mir jetzt gebracht, hier zu sein? Hat mir gar nichts gebracht, hier zu sein, oder wie? Das war jetzt nur für einen Health Potion, oder was? Jetzt ernsthaft? Nur für einen Health Potion? Nur für einen Health Potion? Okay. Okay, was machen wir jetzt? Wo müssen wir dann hin? Das ist gerade gar nicht. Nichts hoch, nach unten. Bleibt von unten, Cyrus. Wir wollen da wieder hin. Wieder zurück. Und... Ja, geil. Das haben wir wenigstens geschafft. Gibt's hier jetzt nichts anderes? Keine anderen Wege? Gar nichts? Ich raff es nicht. Müssen wir vielleicht da nach oben hin? Das sieht so aus, als müsste man da hoch. Ich glaube schon, dass wir da hoch sind. Was denn hier? Hier ist ja auch noch eine Tür. Siegen wollen Hebel. Hier ist kein Hebel. Ich glaube, die Tür kriegen wir auch nicht mehr auf. So. Von da kamen wir. Nein, nicht runter von Cyrus. Ja, spring da durch. Genau. Hier. Ich weiß es nicht, was ich machen muss. Gibt's hier vielleicht irgendwie was im Wasser? Auf das ich achten muss? Geheimen Gang vielleicht? Nein. Ich weiß es nicht. Die Tür ist verschlossen. Oh, was haben wir hier alles? Nehmen wir auch noch mit? Nehmen wir auch noch mit? So. Die beiden nehmen wir auch noch mit. Okay. Haben wir ein bisschen was. Und hier haben wir noch Gold. Sogar noch einmal Gold. So. Da nehmen wir auch noch mit. Ist da noch mal Gold irgendwo? Ne. Hier liegt nichts mehr. Aber. Ich habe das Gefühl, wir müssen da hoch. Ne. So funktioniert es nicht. Ich bin gleich wieder da, ja. Weil ich nicht auf die Idee komme, wo wir hin müssen. Bis gleich. So. Da bin ich auch wieder. Also. Ich habe. Einmal kurz gegoogelt, wo es hier weiter geht. Das war jetzt der einzige. Das einzige Mal, wo ich jetzt wirklich googeln wollte. So. In einem Elder Scrolls Spiel. So. Schnell. Ähm. Wieso rennt? Ah. Ich wollte schon sagen, warum hat er jetzt nicht gerannt? Die Tür da hinten war schon richtig. Wir mussten nur richtig stehen, damit wir da an diesem Ding da auch hoch können. Hätten wir jetzt nicht richtig gestanden. Okay. Haben wir jetzt hier geladen? Äh. Ja. So. Machen wir mal anders. Wären wir richtig stehen geblieben? Nein. Zu früh. Und noch einmal. Reagiert er nicht? Oh. Cyrus. So. Jetzt. Okay. Wären wir da jetzt richtig stehen gewesen unter dieser einen Klippe, hätten wir da richtig in uns hingestellt, dann hätten wir ganz normal da hochklettern können. Was ich jetzt nicht gewusst hatte. Das ist nur an einer der Wände da möglich. So. Und wieder runter. Deswegen machen wir das jetzt noch einmal. Versuchen das. Und hopfen, dass wir das dieses Mal schaffen können. So. Und. So. Genau. Hier war ja... Die... Die Seite ging ja nicht. Die Seite geht ja nicht. Was ist mit der? Die geht auch nicht. Nun kann es ja nur die Seite sein. Und da haben wir es. Die war jetzt nur auf diese Art möglich. Oh, toll. Cyrus. Äh, was? So, da bin ich wieder. Äh, das Spiel. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Ähm. Was ich jetzt falsch geglückt habe oder so. Oder ob das im Spiel selber jetzt lag. Keine Ahnung. So. Den machen wir jetzt aber mal fertig. Jo. Komm. Alter, jetzt gehe ich kaputt. So. Der andere da hinten soll bitte warten. Ja, bis er dran ist. Ich bin schnell. 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 Alter. Ging zwei gleichzeitig? Ich hoffe, die haben Helf-Portions. Alter. der erste soll jetzt bitte drauf gehen ja gefällt mir nicht dass die alle zehn schaden okay nice das haben wir geschafft immerhin ja ich will kein gold dankeschön so machen wir hier auch noch mal ein save game ja dann wollen wir uns mal schauen was wir hier finden da gibt es wieder elf potions okay ich glaube wir brauchen aber hier eine fackel damit wir sehen können diese plattform lassen wir mal lieber sein da will ich lieber nicht runterfallen okay pick up health potion war da noch einer ne da war jetzt nicht noch einer okay hatte jetzt kurz gedacht oder gehofft sag ich jetzt mal eher rennen wir mal mit der fackel wo geht es denn hier hin auf die andere seite okay jetzt bin ich aber gespannt was es hier eigentlich so alles gibt ok das ist aber eine krasse dreimal ruine oh die erste fackelte weg nein nein komme ich da wieder hoch ja ok also wir versuchen folgendermaßen nach dem save game ja wir nehmen ein bad versuchen wir das vielleicht so ja ok so funktioniert das dann können wir so darüber so können wir können wir nicht können wir auch nicht nee jetzt stecken wir hier fest oder was hätte ich die andere seite nehmen sollen wir kommen jetzt auch nicht mehr auf ich versuche es mal so ok die andere seite vielleicht ich bin mir nicht sicher dahin ah da war da war eine kurze bisschen weiter hier ja ja nein oder warte wenn wir jetzt nochmal so versuchen wir kommen und dann auf die seite wieder klettern müssen wir vielleicht auf die gegenüberliegende seite springen boah ist das kompliziert hier der weg einmal in die richtung ja ok so geht das bitte nicht irgendwie irgendwo verhaken oder so cyrus wir spielen hier im selben team ja wir müssen beide das überleben ok komplizierter weg aber geschafft boah wieso kann ich hier nicht nach unten gucken hä ich habe ein ungutes Gefühl was das hier angeht machen wir auch nochmal wieder ein save game so und ja geil das nehmen wir mit ist zwar sehr viel ruckel ruckel hier aber egal ich glaube hier kommen wir auch wieder zurück so was will der denn ok einmal alles gucken nein ok wir haben uns wieder gefangen aus dem weg ja ich muss hier durch ich bin arzt ok bin ich nicht aber so gucken wir mal was sind das hier äh wie sind denn hier ich renne hier nochmal ein bisschen durch ich bin ich bin schön dass der reichs jetzt mich gerade eben gegen den alle Leine kämpfen lässt. Aua. So, komm. Boah, Kampfsystem ist aber echt für die Tonne. Okay, das haben wir geschafft, weil ich jetzt nicht was er eingesammelt habe. Die interessieren mich nicht. So, ich habe aber nichts mehr, was Health Potions angeht, außer hier jetzt hat eine, zum Glück, immerhin, eins. So, jetzt ist die Frage, was muss ich hier machen? Da habe ich aber auch gerade irgendwo was gesehen, hier Gold und Health Potions, immerhin. Das ist wohl interessant hier, wo wir jetzt hier gelandet sind. Oh, das sieht so aus, als würde es tief runtergehen. Ja. Sehr tief. Okay, jetzt ist die Frage, was müssen wir hier machen? Wenn die Ruckler hier nicht so heftig wären. Können wir an den Dingern irgendwas machen? Hier ist es immer wichtig, irgendwie auf der richtigen Seite zu sein. Das ist mir aufgefallen bisher, etwas richtig anzugucken. Hier ist aber nichts. Den Dingern können wir nichts machen. Was? Vielleicht da oben. Da ist eine Treppe. So. Oh, wir müssen hier nichts machen. Wir müssen einfach nur hier weitergehen. Okay. Aber da ist noch ein Health Potion. Nice. So. Was gibt es denn hier? Ach so. Ja, das ist nur der Weg von gerade eben. Alles klar. Ja, Cyrus, hier einmal bitte dran vorbei. Danke schön. So. Was gibt es denn hier? Ähm. Bitte sagt mir, dass das jetzt eine Dwemasphäre ist. Es sieht aus wie eine Dwemasphäre. Boah, wenn das jetzt die erste Dwemasphäre ist. Das wäre jetzt so geil. Ich will jetzt mal gucken. Okay, doch nicht. Das wäre so geil gewesen, wenn das eine Dwemasphäre gewesen wäre. Wir gehen erst mal hier runter. Ja, hier ist der Weg. Da haben wir wieder noch so einen Dude. So. Komm her. Okay, nice. Den haben wir jetzt erledigt. Ich habe keine Ahnung, was wir eingesammelt haben. Sind das Dwema-Maschinen? Sind das Dwema-Maschinen? Aber was sind das denn für Dwema-Maschinen, bitte? Kann ich den jetzt betätigen? Irgendwie? Irgendwo? Äh, nee. Bitte wieder einsammeln. Ich will nach oben. Ah. Cool lever. Was hat es mir jetzt gebracht? Außer, dass ich hier jetzt drauf rumlaufen kann? Nichts. Der Freude scheint jetzt noch was zu geben. Ähm. Ähm. Ja, machen wir ein paar Schutte so. Und dann langsam da rüber. Nicht, dass wir jetzt hier runterfallen. Okay, hier gibt's nix. Aber ich wollte es zumindest erkunden, ansehen. Dann hätte ich jetzt sagen können, dass hier was gibt's. So. Und hoch. Da vorne gab's jetzt nix. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erkunden wir weiter mal diese Mine. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020